So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Das Video muss jetzt einfach mal sein. Ich gucke mich gerade nach einem neuen Netbook für mich um und bin jetzt hier auf dieser Seite billiger.de gelandet. Jetzt gehe ich mal auf die Vor- und Nachteile und was steht hier? Vorteil Doppelkornprozessor. Das klingt ja richtig interessant.